Und damit herzlich Willkommen zurück hier bei Blair's Announced Battlefront. So, mal können wir da rausgehen. Das ist ein Dropbox oder so. Mal die Wutten. Obwohl, da kommen wir mal nicht hin. Da können wir Family Base, aber... Da war mir klar, dass da einige rausgehen. Machines, die können wir auch gehen. Dann reicht es noch ein bisschen ein Dropbox. Ich habe zu schauen, wie das definitiv läuft. Komm, ich probiere es noch rüber zur Halle zu fliegen. Mal gucken, ob es reicht. Na komm. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es reicht. Na komm schon. Ich hatte dann das gleiche vor wie ich. Ich muss das Ganze nochmal leider aufnehmen, weil... Im letzten Video, was ich aufgenommen habe, da hatte ich eine AWM mit Schalldämpfer und 8-fach Scope. Da hatte ich keinen Sound irgendwie. Und der Ton hat auch rumgespackt. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Ich lande jetzt einfach mal hier, scheiße auf die Halle. So. Da bin ich auch nur 26. geworden, also... War nicht sonderlich gut. Bin ich dumm verreckt. Ich hatte halt eine Helm Stufe 3, Militärweste Stufe 3. Das ging eigentlich schon recht gut. Ich hoffe, dass ich diesmal wieder Glück habe. Äh... Rucksack. Rotpunkt. Oh, Neska. I love it. Gibt's nix. So, gleich mal das Rotpunkt auf die Skar drauf. Verbannt. Oben an der Halle ist ja noch einer, die landet, ne? Da ist er. Da ist er. Na, hier ist der Kill. Hier ist aber noch ein Dritter gelandet. Ich frag mich, wo der Typ ist. Ist er auch da oben gelandet. Und da ist auch. Ja, dass der da drin ist. Doch, der ist da drin. Ich hab ihn gehört. Na, komm raus. Du raus. Boot, 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 boot. Oben auf dem Dach ist er. Ich glaub, er sieht mich hier in dem Auto gar nicht, ne? Okay, ich bin nur in der Safe Zone. Ist der oben auf dem Dach jetzt? Scheiße. Nein, ich bin nur in der Safe Zone. Polizei Weste Stufe 2 Rucksack. Habe ich doch richtig gesehen, dass der Typ auch eine SCAR hatte. Mal gucken, was der hatte. Ohne Ump. Rotpunkt, Energy, Granate. 9mm. Oh, da ist ein Airdrop, aber... Der ist schon ein bisschen weg. Wo steht die Karre hier? Wenn die Karre da steht, könnte man es kurz riskieren, aber ich glaube nicht, dass da einer steht. Doch. Ach was, komm. Egal, wir holen uns aber den nächsten. Oder sollen wir es probieren? Ja komm, wir probieren es. Wenn wir sterben, dann haben wir halt Pech. Ach so. Weit weg war der nicht. Ich glaube, dass er halt auch ein paar gelangen wird, das ist das Problem. Da hinten ist, ne? Da hinten ist er. Scheiße. Mist. Stimmt, da kam ja Wasser. Das war vergessen. Du musst da auftauchen. Scheiße. Wo ist denn das Ding gelandet? Das war doch. Ich hab's doch eben gesehen. Hä? Ah, da ist er. Ich hoffe, das hat sich gelohnt wenigstens, äh? Ohne ABM. Und ein 8-faches Dorf. Wie geil ist das denn? Bitte. Oh Baby. Bin ich hier noch in der Zone? Ja. Oh Baby, wie geil ist das denn? Na ABM. Vielleicht mal ein Foto machen davon. Geht das nicht? Hallo? So. Geht leider nicht. So. Warum kann ich hier keinen Screenshot machen? Ich brauche halt noch ein bisschen Muni. Okay. Noch ein erster Hilfektor. Wäre auch nicht schlecht. Wäre auch nicht schlecht. Da steht jetzt leider keine Kache mehr, oder? Ich gucke gleich mal. Rucksack. Helm. Der Beste. Okay. Schnellwechselmagazin. Neun Millimeter Muni. Schalt, dass man die Magnum Muni echt nur am Airdrop findet. Jetzt nehmen wir den Verband mit, äh? Was lag denn da? Da. Ah, nice. Ah, nice. Alter. Hüpf, 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 hüpf. Die Karre ist weg. War ja, war klar irgendwie. Fuck, da ist einer. Da ist einer. Muss hier weg. Fick dich, du Arschloch. Apa? yields einen Emp internet. im Internet. Ach ja, er kommt natürlich nicht hoch, er weiß es genau, Wichser, so dann geht es gleich weiter, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Und weiter geht es hier bei PlayerUnknown's Battlecrum, so, im letzten Game hat er nicht so ein Stück knapp, sind wir ja verreckt, trotz ABM im Gepäck, ich will gucken, ob es das noch besser läuft. Oha, ich will ja da rausgehen, äh, auf die Seite, können wir mal probieren, ob es die Mini-Beste kommt, kommen wir probieren es mal. Okay, die fliegen halt da noch, einer. Na. Ich hoffe, es reicht. Sieg und flieg. Ich finde, sie sind mit keiner da an, ne? Das ist schon mal gut. LOL, wo kommen die auf einmal alle her? What the hell? Holy shit. Ach du Scheiße, die sind doch alle hierher gekommen, LOL. Wir haben voll das Problem. Ich glaube, das wird eine echt kurze Runde. Hey, jetzt ist einer bei mir auf dem Dach gegangen. Jetzt mal einen Rucksack geiern. Eine Weste. Oh, das ist eine Zweierwäsche sogar. Keine Wumme, Alter. Was ein Kack. Ich gehe jetzt mal hier in das Gebäude. Oh, ich finde hier eine Wumme, äh. Oh ja, nein, ist eine M4. Schuhe. Eine Pistole. Hier ist nix. Helm, nice. Hier ist auch nix. Nix. Gibt es auch gar nicht, dass hier so wenig ist, äh. Verband nehme ich mal mit. Und ich finde mal diesmal einen Erste-Hilfe-Koffer oder so irgendwas. Ich habe lange keinen mehr gehabt. Zwei Rucksack haben wir schon. Smokin. Verband kam nämlich mit. Was soll's? Besser als nix. Rucksack. 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 Ne Piste. Hier ist auch nix. Mantel, Pain-Killer. Ups. Hala, wieviel Stufe 2 Rucksack es hier gibt. Dalla, aber kein einziges in Stufe 3. Oh, ein Schalldämpfer. Für die Sniper. Ist das schon mal gut. Ich habe irgendwie voll Schiss hier raus zu gehen. War hier gerade einer. Auf der Seite habe ich nämlich gar nicht gelootet. Scheiße. Ah nein, ich stecke fest. Okay, hier ist noch alles zu. Pumpenmonie. Einen Smoke. Einen Pfanne. Geil. Pack ich mir ein Ei. Ein Ei. Ein Ei mit Speck, wo ich liebe es. Es wundert mich, dass hier keiner in dem Gebäude ist. Das ist gar. Nice. Ein Visier wäre mal geil. Was soll denn der Kack? Na los, gib mir ein scheiß Visier, Mann. Ah, ein Pistole. Ach du Scheiße, ich bin mega weit von der Zone weg. Schnellwechselmagazin. Erweiter, das wäre geil. Erweiteres Magazin. Noch eine Star. Noch eine, noch eine Star. Da waren wir jetzt zwei Scars in einem Raum. Erweiteres Magazin, glaube ich. Oh, zwei Vierfach Scopes. Nice. Einmal da hin und einmal da hin. So, man muss schon dran denken, wenn ich die im Vier wegschmeiß. Ich loge jetzt mal hier. Ich hoffe, dass da vorne irgendwo eine Karre steht. Die umb. Nehme ich lieber mal die umb mit. Für den Nahkampf. Können wir nicht auf Auto stellen. Die ist besser als die im Nahkampf, finde ich. Zwei Polizeiweste. Jetzt hier gibt es sonst nichts. Scheiße, eine Minute. Fuck. ist hier noch irgendwas da ballern auf jeden Fall ein paar Polovisier sonst gibt es hier eigentlich auch nichts da ist einer verreckt nichts 2 Weste ich habe hier schon alles, hier ist noch einer verreckt weiß, noch mehr Umbunis 270 Schüsse, die es gar reichen, auf alle Fälle kann ich eh nie alle verballern wie nicht genug Platz, was soll denn der Schmutz gib mir doch mal einen Stufe 3 Rucksack äh da ist noch einer verreckt komm eine Blende, die blende sich da ich muss mich mal verpissen jetzt von hier hoffentlich steht hier irgendwo eine Karre steht da hinten eine ich sehe es jetzt gerade nicht richtig ich hoffe eh puh, wenigstens überlebt auf der Minibase wie viele da hingegangen sind ey, das ist echt krass ich nehme die Skalen in die Hand ich nehme die Skalen in die Hand oh ich will mal jetzt hier was drauf machen, ne ach du scheiße, ich bin so weit von der Zone weg, ey fuck ja da steht ein Buggy Nice hab ich es doch richtig gesehen haben meine alten entzündeten Augen das doch gesehen ich will so ein Flugzeug haben, man das Problem ist, wir müssen über die Brücke wir haben keinen Erste-Hilfe-Koffer 15 Verbände das ist jetzt ein bisschen scheiße ich kann jetzt hier nach unten, ne hier ist eh schon auf so ja hier da ist man so so ich muss das Mikrofon gerade ein bisschen weg machen dann haben wir dann die Tastatur ich hoffe das sind keine Brückensniper, ne äh ja natürlich sind da Brückensniper Fick dich blödes Arschloch blödes Arschloch was ein Arschloch der Typ boah ich bin so low on hell da ist ein Buhn, der dachte wohl ich kann ihn dann umfahren Falsch gedacht Kollege so nett er hat halt über seinen Kopf drüber gefahren blödes Arschloch ich bin trotzdem so angeschlagen in diesem Arschloch ich bin trotzdem so angeschlagen in diesem Arschloch da würde ich sagen da würde ich sagen da würde ich sagen egal wenn was Gras hier drin wächst erstmal hochheilen erstmal hochheilen hier aber ich habe nicht mal ein Energy nix das ist grad mein Problem ei 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 so noch ein Verband mein Helm hat auch grad noch 30% oder 30 Rüstung besser gesagt so noch ein Verband so noch ein Verband so noch ein Verband na komm er muss jetzt erstmal reichen ich muss weiter Zone ist da die Frage ist wohin verkleinert sich die Zone, ne? hm hier fahr ich mal hin die haben hier alles gedootet, ey das war schlimmer als ein DayZ, Mann wo geht denn der Ertrop runter? ja natürlich ballert schon wieder einer auf mich Aua Toll Mann, die sind Bergkämpfer, Mann da hinten geht der Ertrop runter fahren wir mal hin die ist eigentlich nicht so weit weg wir haben halt kaum noch Sprit scheiße die Karre kommt mir dann schon an ich hoffe du überlebt es bis wir da sind bei meinem Fahrstil naja ich darf nicht so viel Nitro machen, ey ich hoffe du überlebt es bis wir da sind das ist ja irgendwie eine Sanitätstasche oder was? das ist ja irgendwie eine Sanitätstasche oder was? Alter ist das weit weg scheiße das ist ja irgendwie durch Alter 2 3 4 2 4 5 4 2 3 4 3 4 5 4 5 15 5 Ja, gut, oder? Ups, oh fuck, ich bin nicht drin. Schnell weg hier. Boah, ich loote jetzt einfach hier. Kurz, hier ist mir noch alles zu. Ein Pyrmoni, eine Pfanne. Komm, gib mir einen Erste-Hilfe-Koffer oder so. Scheiße, ich jetzt einfach mal auf den Airdrop. Ein Erste-Hilfe-Koffer oder so ist jetzt echt mal wichtiger. Ich loote ja eh in die Richtung, vielleicht sehe ich ihn dann. Ey! So, macht er mir einfach die Tür vor der Nase zu. Warte, hör. Nix. Scheiß Verbände, ey, nur. Zehn Sekunden. 180 Schuss, das reicht erst mal. Und hier habe ich... Oh, genug, äh, über 300 Schuss. Kann ich theoretisch sogar noch ein bisschen was wegschmeißen. Ich finde es geil, die Stadt ist... Oh, geil, Stufe 3-Helm. Jackpot. Oh, scheiße, da kommt einer. Komm hier rein. Hier steht alles unter Wasser. Stopp, das kribbelt sich den Erdwerb-Geizen. Oh, da drüben ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Jawohl. Achtfach-Scope. Oh ja, Baby. Was ist denn mit der Zone? Ja. Wie geht das? Zweifach-Scope brauche ich jetzt erst mal nicht. Neuer Helm wäre geil. So, ich gehe mal runter kurz. Mal hier rein. Es ist krass, wie hier alles unter Wasser steht. Eine Smoke. Oh, da ist zu. Vorne Ballern so. Ah, deswegen ist zu. Das Wohnmobil steht vor der Tür. So. Oh, noch ein Erste-Hilfe-Koffer. Nice. Jackpot, ey. Helmstufe 1. Da wirft er ab. Okay. Ich komme nicht über die scheiß Mauer. Alter, ernsthaft? Vielleicht bin ich Erster da. Auch wenn ich zu Fuß bin. So weit ist es nämlich nicht weg. Vielleicht kann ich ja auch noch einen snipen oder so. Der da hin will. Mal gucken. So, hier ist eh die Zone. Scheiße, die werden alle hierher kommen. Das ist mein Problem. Fuck. Ich hatte die falsche Waffe ausgefunden. Ich wollte ihn eigentlich wieder umficken. Fuck. Fuck. Ach, nö. Von hinten. Okay. Service auf wieder fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Mit Hö. Ah, der hatte eine K. Hab ich gerade gesehen. Fuck. Fuck.